Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge oder zu einer neuen Aufnahmesession von Assassin's Creed Brotherhood. Mein Name ist TheFirestormLP und ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Aufnahmesession. Ja, wie ich schon gesagt hatte, Assassin's Creed Brotherhood nehmen wir auf, wir sind Sequenz 6. Wir haben hier eine geile Farbe ausgewählt in der letzten Aufnahmesession. Ich weiß gerade gar nicht genau wann es war. Und, ähm, ja, ich habe gesehen, wenn wir jetzt mal auf die Karte schauen, wir haben alle Kortisanen-Missionen erledigt. Ja, uns fehlen noch Diebes-Missionen ein paar, die aber erst später kommen können. Ähm, außerdem, ähm, äh, fehlen uns noch eine Christina-Mission und eine... Ähm, genau, und zwei Templer-Agenten. Außerdem noch, ähm, fehlen uns hier noch... Ähm, ich weiß gar nicht wie viel, aber ich denke, zwei bis drei, ähm, Verstecke von Romulus und noch zwei Borgia-Türme. So, ich werde jetzt mal schnell reisen und versuchen, den hier mal zu machen. Weil den unteren konnte man noch nicht machen, den... Den, äh, unteren konnte man noch nicht machen, da konnte ich noch nicht hin. Aber eigentlich müsste ich noch einen machen können, theoretisch. Ähm, glaube ich zumindest, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. So, deswegen reise ich mir einfach mit der Schnellreise mal dorthin. So,- Also, ist noch ein... Okay Reisen wir mal dorthin Vielleicht ist das ja auch gesperrt Und falls es gesperrt sein sollte Wenn wir direkt natürlich Wie es sich gehört Direkt Zur Hauptmission gehen Und dort direkt Ohne irgendwelchen Vorwand Oder ohne irgendwelche Verspätungen oder so Scheiße Ich verschwinde hier Okay Äh Ich muss irgendwie da hinten hin Sehr schön Danke Freunde Ich muss ja auch noch Punkte sammeln In diesem Bereich Also Pferd muss mal herkommen Hm Da hat Ah, hier. Ähm. Sprechen. Ach, der Borcher-Türm. Okay, ja, dieses Gebäude. Okay, ja. Ich denke, ich kann das machen. Ja, ich weiß. Okay, ich weiß. Okay, ich weiß. Okay, ich weiß. Ihr geht nirgendwo hin Oh Gott Haut der ab Okay, okay, dann entwaffen wir nun wer dich Ich nicht Ich nehme dich mit in die Hölle So What the fuck Komm her Komm doch her Kommt schon, ihr faulen Hunde, wir müssen ein Assassinen grillen Okay, ich glaube, ich brauche die anderen Kommt schon, ihr faulen Hunde, wir müssen einen Assassinen grillen Was ihr wollt Ich will lieber nicht auf der Verliererseite kämpfen Mein Freund soll, jetzt habe ich es geschafft Oh, what the fuck What the fuck Großer Fehler Komm Sehr großer Fehler So 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 Haben wir jetzt wieder Assassinen? Ne, noch nicht Ja, nur mal erst drauf So So Damit hätten wir ja Ordentlich gerult Und können schon mal ein bisschen hier renovieren Direkt Wir können theoretisch auch Weitere Rekruten anwerben Kurz interagieren So 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 So, somit habe ich auch noch Pfeilhagel, den muss ich auch noch einsetzen. So, mein Freund. Die Befreiung Roms hat begonnen. Habt Dank für eure Hilfe, aber sie werden mich aufspüren. Ich kann nicht bleiben. Nehmt ihr mich mit, Signore? Klar, Digga. Klar. So. Neuen Assassinen rekrutiert. Ja, immer weiter Auszubildende. Wir sind ein Betrieb, der immer weiter Auszubildende hat. Nur ein Narr kann in meinem Geschäft vorbeigehen. Äh, drei Mordzei sind gezählt. Er wird alle zählt. Ha, ha, ha. Boah, das ist ein Spasti. So. Und wir sind natürlich ausgeschlossen. Ich habe ein paar der neuesten Arbeiten auf Velochinos Atelier. Was ist, neue Gegenstände bei Kunsthändlern? Äh, okay. Dann gehen wir direkt gleich mal zum Kunsthändler. Nachdem wir den, äh, diesen unterirdischen Gang freigeschaltet haben. So. Kommt, liebe Leute. Seht die neuesten Kreationen. Nehmen wir mal schnell zu Kunsthändlern. Gemälde. Kaufen wir einfach mal alle. Hier kann man mich schön bei sich hinten, äh, aufstellen. Boah, ist wie eine neue Schätze. Ein Vergnügen. Hab Dank für das Geschäft. Richtig. Diese Stiefel sind so. Dann ein anderes Mal. Mal da. Alles was ich sage, ihr will es. Falls da jetzt Schrumpfkopf drin ist Dann werde ich mich total freuen Aber es ist nur Samt Dann werde ich mich total freuen So und hier noch den Schatz gerade Dann machen wir noch den Arzt Tomaten brauche ich nicht glaube ich mehr Brauche ich nicht mehr So Sehr gut ausgestattet Darauf dass die Wunde nicht wieder aufreißen Dann werde ich mich total freuen Vielen Dank.